Niedere Erdenbaum Mh mh Waaah ey Ohhohoho was Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, jetzt hätte ich keine 2. Jetzt mit der Verstärkung muss ich keine 2 mehr nehmen. Autsch. Ja, sowas hat sich. Wow, okay, okay. Okay, würde ich jetzt nicht noch einsetzen. Nein, 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 nein. Gut, weiß man auf jeden Fall wie das funktioniert. Ja, natürlich, wenn er mich dann noch erwischt, dann sieht es schlecht aus. Ja, 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 aber machbar, glaube ich. Also, ich würde jetzt überhaupt nicht machbar. Ich würde überhaupt nicht machbar. Na, ich kann das vor allem hier. Machbar. Was mich interessieren würde, das ist Objektherstellung. So ein Feuertopf wäre jetzt auch nicht so schlecht, ne. Aber dieses Feuerfett, ah, das kann ich leider nicht herstellen. Das wäre so schön, ne. Das wäre so schön. Den nehmen wir mal noch mit. Statt den Kukri. Mal so ein Ding werfen. Und wir haben ja auch mehrere Male. Hä? Okay. Mal mal, was ist denn der hier kostet? Seine FP-Koste sind 11. Unsere Wölfe 55 und die 28. Vielleicht... Kann ich nach den Wölfen den noch rufen, weil ich noch genug FP habe. Und wir nehmen mal unser Hauptschwert. Nächster Versuch. Okay. Oh, das fängt gar nicht gut an. Ja, 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 ja. Okay, das ist, glaube ich, echt eine Nullrunde und ich habe das schöne Feuerfett verbraucht. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Immer, immer, jedes Mal, immer, wenn ich gerade heile Habe ich überhaupt meinen Körper schon aufgehoben? Habe ich? Habe ich nicht? Scheiße, wo ist denn der? Ich finde ich den noch Nein, ich finde ihn nicht, ich bin so ein Idiot Das ist mir schon zu mir passiert Nein Das ganze Dungeon Zum Glück mache ich es oft genug Ich mache es oft genug, weil ich genau weiß Ich vergesse es ansonsten Ja, 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 ein Hoch auf mich, ein Hoch auf mich Eieiei 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 Immer wieder Ja, jetzt bringt mir jetzt nichts weg es ist hier oder macht gut der topf sollte ich sollte mein vater von herstellen und muss dann halt ich hasse es es Nein! Nein, bleib an diesem scheiß Ding da hängen, ne? Wow! Trotzdem, ich halte daran fest, er ist definitiv machbar. Aber was ich jetzt trotzdem, ich könnte es gerne versuchen, ne? Ich kann jetzt hier nicht hin porten, das heißt, ich muss den Weg nochmal hochlaufen. Drauf geschissen. Obwohl, ich habe jetzt keine Runen. Ich kann gar keine gesprungenen Töpfe kaufen. Oh, das wäre jetzt ja Killer, ne? Ich brauche mehr gesprungene Töpfe. Aber ich habe keine Runen, um jetzt welche zu kaufen. Wie viele... Also es wären... Äh, das sind die... Sind das die größeren oder die kleineren? Das wären auf jeden Fall 800. Und ich glaube, die sind nochmal drei oder vier... 400 sind die, glaube ich. Das sind 1200. Glaub, wenn ich die nehme... Vielleicht springe ich erstmal dahin, um nachzuschauen, wie viel die kosten. Wir hatten... Hier einen Händler. Aber hier war es, glaube ich, sogar teurer. Entschuldigung. Hier war es, glaube ich, teurer... als bei dem. Okay, ich wollte hier auf jeden Fall diese gesprungenen Töpfe mal schauen. 300. Da könnte ich mir drei von kaufen. Ich müsste halt diese... Diese Teile einsetzen. Das geht doch. Klar, aber warum nicht, ne? 200. 400. Sind zwei. 800. Ah, er braucht... Er braucht... Er braucht... Genau 100 mehr. Ey, komm. Da setze ich jetzt hier nicht was ein. Ja, aber ich hier ein, zwei Fischer oben hier draußen. Wo haben wir da was? Da ist einer. Hallo, ich brauche 100 Ruden. Wären sie so freundlich? Wer hat da jetzt gegeben? 64 Robolos noch einen. Da ist einer. Hier ist einer. Aber wir hätten auch was verkaufen können. Ich glaube, wir haben einen Haufen... Haufen Zeug. Egal. Auf jeden Fall machen wir das kurz. So. Und jetzt... Ja, ja. Jetzt... Können wir davon... Nämlich... Nochmal weitere drei herstellen. Dann haben wir vier. Und die sind relativ effektiv gegen diesen Baum. Hier runter. Da ist der Baum. Aber wir müssen von hier hinten laufen. Nützt nichts. Ups. Nützt nichts. Nützt nichts. Aber wir müssen von hier hinten laufen. Nützt nichts. Da ist der Baum. Nicht den falschen Baum anreiten. Was fehlt dir jetzt noch? Okay. Kommt der Ochse hinter uns jetzt nochmal? Natürlich. Macht er so einen Gift-Scheiß? Igittigitt. Wechterweilenschutz. Wir schauen nach. Wir haben schon lange keinen Rüstungsteil mehr gefunden. Wird der Große Last draus werden? Gefällt mir nicht. Meine... Definitiv alles etwas höher. Große Last mag ich nicht. Müssten wir was anderes wieder rausnehmen. Oh je. Nee. Nee, ich mag die Waffe auch. Ich will die, glaube ich, drin lassen. Nee. Na. Ah. Diesmal mal nett. Mhm. Mhm. Alter, wie das... Zieht bei ihm. Holy shit. Okay. Okay. Ich fasse die Hälfte ab. Oh nein. Nicht die Scheiße. Aber wir haben ihn fast die Hälfte damit abgezogen. Oh nein. Wir haben ihn fast die Hälfte damit abgezogen. Ich hätte gerne das andere Schwert, damit wir ein bisschen mehr Range haben. ... Alter, ich wollte grad... Ich bin an der Statue hängen geblieben. Ist jetzt Witz, oder? Ich bin dann der Statue, die mir helfen soll, hängen geblieben. Welch Ironie. Zum Glück können wir genug von den Töpfen herstellen. Hoffe ich. Ja, auf jeden Fall kräftig gesammelt bisher. Das ist cool. Ja. Meine 111 Ruden, die lasse ich mir nicht nehmen. Ja. Was, Mann? Ich meine, komm schon, dieser Scheiß geht mir auf den Sack, ey. Das ist doch nervig. Ich habe alle Heiltränke noch. Ich kam nur nicht dazu, ihn einzusetzen. Mit diesen Scheißdingern, die da schießen. Ansonsten müssen wir Schmetterlinge suchen. Oh, ist mir Wurst. Nee. Ein Sinnlos. Ich habe auch nicht das reconciliation was. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Somehow up here Das war so klar, ne? Ich seh einfach nichts Schon wieder diese Scheiße Ja, Ausdauer alle 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 Oh no Ja, Ausdauer alle Ja, Ausdauer alle Ja, Ausdauer alle Das war so klar, man Das ist so knapp, ich hasse es Das sind immer so die Kleinigkeiten, ne? Ich habe mich nicht mehr getraut, ich wollte auch nicht zu gierig sein und Ah, das sind so die Kleinigkeiten Ah, das sind so echt die Kleinigkeiten Zu wenig Ausdauer auch die Kleinigkeiten, ne? Zu wenig Ausdauer, oh mein... Mein Gott, ey! Volltreffer! Volltreffer! Geht's wieder los, wir haben keine Ausdauer. Ja, 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 ja. Dann geht's wieder los, wir haben keine Ausdauer. Und schon wieder nicht. War zugereicht. Ah, dieser Schlag, ne? Keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Genau wie am falschen Moment. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Stürb jetzt. Boah. So. Was? Opaline Blasenträne. Irgendein Schlüsselobjekt. Puporote Bruchkristallträne. Weißen unsere Tränke nicht Puporot irgendwas? Vielleicht hat das was mit denen zu tun. Niederer Erdenbaum. Den Wächter dazu haben wir besiegt. Gibt es jetzt hier noch was cooles? Da drüben ist ein Gegner. Das ist jetzt nichts besonderes. Aber ich habe gar nichts mehr zum Heilen. Und nichts. Deswegen, äh. Reiten wir das hier auch mal ein bisschen. Schnell abhauen können. Hier sind überall kleine Gegner. Ich habe jetzt keinen Bock, dass mir so ein kleiner Furz hier zum Verhängnis wird. Oh, cool. Irgendwie, ne? Das könnte auch noch interessant werden da. Du willst mich verarschen. Ja. Wo könnte der nächste Punkt sein? Vielleicht ist hier unten noch einer versteckt. Hier sinkt einer. Weg da. Hau bloß ab. Da gehen wir gleich hin. Ich gucke mir das ganze mal von oben an. Auch nicht besser. Ja, das ist definitiv ein Gegner da. Macht jetzt keinen Sinn. Ich gucke mir das mal. Cool. Oh, du kommst ja genau richtig. Gibt das her? Sag mal. Ja, damit habe ich gesagt. find ich nicht weiter überprüfen. Es ist nichts desotrotz. Punkt der Gnade wäre hier echt noch schön. auch irgendwie überall solche vorsprünge bringt mir das irgendwas könnte ich da mit dem pferd vielleicht hoch hüpfen oder so also hier solche pflanzennamen rumgiften oder muss wir demnächst wieder so eine schmetterlinge die töpfe waren echt geil ich meine es war ein baum recht logisch dass dagegen feuer empfindlich ist da kommen was das dann gehen wir noch mal zu dem gnadenpunkt zurück ich schaue mal kurz auf die zeit ja da war zehn minuten aber noch wir schauen es mal kurz an den baum um ich glaube aber ich habe alles gesehen niedere erden aber ich mein was kann er jetzt nicht irgendwas cooles hier daran zu machen materialien sammeln reflekte goldene sonnenblumen das hat man ja schon ist nur so eine type gewesen also wisst ihr was ich meine ich meine ich hätte jetzt hier einfach gerne irgendetwas gefunden statt nur den baum zu entdecken ist doch bestimmt alles kann doch nicht wir gehen erst mal zurück zu dem gnadenpunkt und von da aus machen wir ein fäustchen und leiten das war die nächste aufnahme ein mein freund dieses teil hier das wird bestimmt zu dem sinkenden typen dafür ne ach scheiß auf dich hier diese statu die wird bestimmt zu den sinkenden typen führen ich würde drauf wetten hier die jahre an der planer ein bisschen rum schau mal den stufenaufstieg rein okay alles klar wir machen an der stelle ein kurzes päuschen und wir sehen uns dann später wieder bis gleich